So, die Pfeife zum ersten Mal in Betätigung, der Ball der Roll, Dresden im Anstoß von rechts nach links. Mannheim in Weiß, sicherlich etwas abwartens. Riskant im Aufbau, Abifade dazwischen. Samuel Abifade, guter Versuch, richtig guter Versuch. Hauptmann. Kammerknecht muss mitspurten. Utersau hat jetzt mal Platz für die Flanke. Die ist nicht schlecht für Kutschke und dann steht Salzburg für Dresden. Das ist nicht zu fassen. 23. Spielminute, Kutschke vor dem K. Einmal haben sie ein bisschen Platz und dann nutzen sie den Platz aus. Die haben bislang in den ersten 22 Minuten irgendwie nicht so richtig gewusst, dass ein Fußballspiel hier heute stattfindet. Mannheim hätte hier längst führen können, schrägstrich müssen. Und dann ist eine Topflanke von Kammerknecht, der zu viel Platz bekommt da links außen. Und die Kopfballstärke von Kutschke ausreichend. Klug verlagert. Kammerknecht, Hermann. Mit Borkowski. Es ist gut gespielt. Und im Zentrum Hauptmann. 2-0. Ein richtig klasse Spielzug der SQD. Und dann ist es Niklas Hauptmann mit dem 2-0. Und wie da bekommt keiner so richtig Druck. Hermann. Und dieser Ball darf nicht durchkommen gegen zwei. Und dann ist es mit Übersicht von Borkowski. Und wie blank da Niklas Hauptmann steht. Im 5-Meter-Raum. Da ist Sträflich schon nicht mehr der richtige Begriff. Das ist mal ein guter, öffnender Ball. Die Flanke ist auch nicht schlecht. John Trillaccia kommt nicht ran. Und plötzlich heißt es 2-1. Pascal Sohm, 84. Spielminute. Öffnet das Spielfeld. Exzellent. Und dann ist es eine super Flanke von Jans. Und gar keiner in der Mitte. Trillaccia, für den ist das schwierig. Dreht sich von ihm weg. Und dann ist er den Tick zu spät. Und bei Sohm ist gar keiner. Er ist lange angenommen geworden. Und jetzt ist es soweit. Sie reißen die Hände in die Höhe. Außer Markus Anfang. Der wird sich denken, ey, leckt mich doch wieder. So ein Ding, was unnötig spannend gemacht wurde. Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport.